so und auch schon wieder hier mit denselben spielern bla und überhaupt er ist im Inventar und ja mal gucken was wir denn so machen können ja ne da will ich jetzt eigentlich gerade gar nicht hin ich gehe mal in den Shop in Shop meine ich ähm und gucke mal nach Secondary Weapons ähm wieviel Credits haben wir nicht ganz so viel wir können uns also nicht so viel tolles kaufen die würde ich mir gerne kaufen aber die ist ja oder auch die die ist auch geil ach so und darum können die mich einfach so eiskalt wegballern weil die Ozeon so ist gibt's ja auch die hat ja nur Highspeed ey naja na komm ne darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock zumindest nicht noch ein zweites mal ich cancel das ich cancel das ich cancel das ich gehe hier ein Stück rund her und wir gehen Safari wir machen mal Safari und sagen im Start und ich starte anhalten abbrechen starten was müssen wir machen sehr schön sehr schön sehr schön nicht so wirklich eine Sniper Map aber ich versuche jetzt einfach mal einen schönen Platz zu finden ich kenne diese Map nämlich nicht wenn ich nichts sage meine ich auch nicht so 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 aber doch mal wieder ein schöner Schuss und fast schöner Schuss mit dreimal umbringen können so 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 die Schüsse sind nicht ganz so gut ich weiß es so 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 an he 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 Ruhr wird sehr sehr kurz ich weiß auch unter anderem dass ich nicht super viel Zeit habe neun Minuten doch das sollte reichen wir machen einfach noch mal in den Punkt stoppen dies hier und die könnten gleich mal für den Anfang diese hier die zurück hier und dann sind wir hier und dann kannst du mal start hier machen k na Gott und eine Blüte eine Blüte ich noch nicht und die nur für mich eigentlich ganz lustig Human Drop Point ja hier geht es eigentlich bloß darum dass die Menschen überleben müssen und die Dinosaurier weißen und kratzen können und meistens ziemlich extrem krass drauf sind Frau Mann hab ich Oh Mann hab ich oh ey gar kein einzig Köln das ist nicht so gut ich schon wieder Mir scheint das hier deutlich schwieriger zu sein als The Nest. Allein schon die Viecher sich bewegen, ey. Hö, das war nicht mein Kill jetzt, oder? Was hier? Oh, fuck. Jetzt zu Ende, oder was? Oh, das hat sich ja sehr gelohnt, dieses Spiel zu spielen. Allerdings, jetzt habe ich definitiv nicht mehr genug Zeit. Nur noch sieben Minuten, das wird kein Spiel sein. Denn erstmal, euer YouTube-Hast-o-Maincraft-Clan mit dem Inhaber James5300. Wir sehen uns bald wieder, oder besser gesagt gleich. Bis gleich, auf Wiedersehen, adieu, tschüss.